Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren besorgniserregenden Part von Strangeland. Am Ende des letzten Parts haben wir herausgefunden, wie die gute Flussnümpfe heißt. Und nun können wir doch mal zurückgehen und gucken, was sie uns jetzt geben kann oder wie sie unseren Dolch verbessert. Yay, machen wir das mal. Yeah, verschwinden wir, mein kleiner Käferkumpel. Und einmal nach oben, bitte. Kann ich es wieder mitnehmen? Ja, nehmen wir es besser mal mit, wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch. Okay, na dann auf dem schnellsten Weg zu unserer Flussnümpfenfreundin. Nineveh, dein Name ist Nineveh. Ja, klar, mach mal. Oh, schick. Ist jetzt tot. Danke. Es ist wie, sie ist verbrannt. Aha, wundervoll. Na, dann sammeln wir gleich mal die Seele ein. Lass mich. Danke schön, danke schön. So, jetzt kann ich auf jeden Fall das gute Zelt aufschneiden. Hm. Warte mal, kann ich zufällig das hier auf das... Okay. Okay. Schnell, 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 schnell. Ich will nicht... Ja, okay. Man wird so oder so nochmal sterben hier, oder? Oh, Mann. Wie nervig. Wunderbar. Auf ein neues. Gehen wir nochmal hier runter. Zu unserem komischen Gesichts-Buddy. Hallo? Ich habe nichts mehr zu sagen, zu dir. Ach, langweiler. Gehen wir nochmal zu... Atri, oder? Ach, drei. Vielleicht zeigt er irgendwas. Nein, tut er nicht. Bla, bla, bla. Nervt mich nicht. Ich dachte, vielleicht kann man ihn irgendwie mit seinem richtigen Namen ansprechen, aber scheinbar nicht. Gut. Geschärfter Dolch auf Loch. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Komm, siehst du den lieben Teratoma. Schau dir, sie schäfernden Lägen. Schau dir in ihr schweißen Augen. Und tust dich in den Lippen. Wer möchte, ein Licht auf dem? Sie sehen nicht sehr komfortabel. Wunderbar. Unbequeme Sitze, Bühnenlichter. Und dieses hässliche Ding. Schauen wir es mal kurz an. Was ist das? Auge. Mund. Was? Hm. Hm. Säure Flasche. Okay. Was will ich dann überhaupt mit dem Auge? Nehmen wir mal die Fackel. Ich will das nicht anzünden. Stein. Äh. Stein. Ich brauche das... Ich brauche das... Ich brauche das... Was? Kann ich dir vielleicht Fleisch geben? Gehen wir mal noch mal zu unserem Fleischkumpel. Und dann gucken wir mal, ob wir das mit irgendwas kombinieren können. Oh mein Gott. Ich habe echt nicht die leisteste Ahnung, was ich hier machen soll. Sag mal, gehst du weiter? Brot, bitte. Dankeschön. Okay, mit dem Fleisch kann ich mit den Dingen, die ich habe, zumindest mal nichts machen. Was mache ich denn jetzt wieder? Oh Mann, ey. Irgendwas mit dem Fleisch wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Oder warte mal, kann ich jetzt mit dem besseren Messer nochmal in den Brunnen gehen? Da war ja auch etwas, das aufgeschnitten werden konnte. Sag mal, kannst du dich ein bisschen beeilen? Dankeschön. Hier ist nichts mehr, oder? Wurzel. Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Oh Gott, schauen wir noch mal mit dem geschärften Messer hier rüber. Ja, 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 hier kann ich was machen. Ah, her damit. Es fühlt sich wie reales Haar, aber es ist aus Gold. Cool. Hm. Und nochmal, diese komische Lady. Was passiert denn da? Okay. Ah. Okay. Ich kann das Haar auf jeden Fall nicht mit irgendwas kombinieren. Kann ich das Haar auf den Amboss legen oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall klingelt das Telefon. Hm, 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 hm. Was auch immer. Ich denke mal, dass ich jetzt nicht mehr da runter gehen muss, deswegen nehmen wir unser gutes Seil wieder mit. Arbeitsanweisung, glaube ich, habe ich keine, aber das hier ist Gold. Kann ich das hier hinlegen und daraus was schmieden? Ich hoffe, ich mache das richtige Ding. Ja, ich kann damit wirklich was schmieden. Cool. Jetzt brauche ich halt noch eine passende Arbeitsanweisung. Also, schauen wir doch mal. Kann ich jetzt ein Papier mit Flügeln mitnehmen? Ja, ja, das kann ich nicht als Arbeitsanweisung verwenden. Ist in Ordnung. So, ich habe noch nicht deinen Körper. Also, schauen wir doch mal. Mein Wink. Mein Wink. Na dann. Es ist illegible. Willst du mich... Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Shit, dann... Dann weiß ich im Moment nicht, was ich machen soll. God damn it. God damn it. God damn it. Gehen wir mal nochmal hier rüber. Eine Arbeitsanweisung braucht er noch. Leider ist das mit den Flügeln immer unlesbar. Das ist ja... Ah, das ist unpraktisch. Ja, ja, nimm irgendeine Richtung. Hier ist auch sonst nichts. Das geht nicht. Ach so. Oh. Oh. Okay, ich muss es mehrmals füttern. Jetzt kommt es automatisch. Wunderbar. Oh, gut, dass es nach dem zweiten Mal automatisch weitergeht. Okay. Okay, so schlimm war das ja gar nicht. Ich dachte, das wird eine schwerere Geburt hier. Ja, ja, noch ein weiteres. Oh. Mann, bin ich froh, dass das doch relativ easy ging. Kann ich das jetzt einfach nehmen? Äh, ist ja widerlich. Gut. 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 Jetzt habe ich ein Auge. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Das ist, das ist, das ist, was ist das? Das ist, das ist... Äh, okay, was, was mache ich? Kann ich dem Raben ein Auge geben? Vielleicht sterbe ich jetzt noch mal. Nein, dieses Mal nicht. Ah, Gott sei Dank. Sagst du jetzt irgendwas Neues? Nope. Äh. Äh. Kacke, jetzt habe ich ein Auge, aber weiß nicht, was ich damit machen soll. Äh. Warum habe ich jetzt ein Auge besorgt? Was will ich denn damit? Schlechte Idee. Äh. 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 Warum habe ich denn jetzt ein Auge? Was will ich denn mit dem Auge? Äh. Willst du vielleicht ein Auge von mir haben? He just... I have... Ne. Oh. Oh, an welcher Stelle wäre denn ein Auge vielleicht nützlich? Gehen wir mal nochmal hier hin. That's... 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 Goddammit. Goddammit. Ah, ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Ding geschafft habe. Dieses kleine Rätsel, aber jetzt weiß ich nicht, was ich mit dem Auge machen soll. Ah. Ist hier vielleicht noch mehr? Kommt immer noch die Ansage? Oh Mann, was will ich denn jetzt mit diesem Auge? Kann ich das Auge in das Schubfach legen? Nein. Nein. Die Abdeckung kann ich auch für nichts verwenden. Das ist zu weit weg. Das ist auch zu weit weg. Äh. Warte, kann ich dem ein Auge geben? Hm. Du magst das nicht. Du magst? Wir werden sehen. Eh? Es ist gut, zu sehen, durch einen anderen Augen zu sehen. Aber der Welt ist noch so, wie es war. Danke für diesen Geschenk. Oh. Also, ähm, wie ist der Augen? Es ist gut genug. Und der Welt sieht ein bisschen weniger dunkler, als es vorher war. Auf Wiedersehen. Aha, und jetzt... Moment mal, Moment mal, Moment mal, vielleicht kann er jetzt Flügel richtig schreiben. Moment, das wär's doch. Wenn er jetzt ein Auge hat, vielleicht schreibt er Schöne. Ja, es passiert was, das ist gut, das ist gut. Wundervoll. Und wieder einer weniger. Dankeschön. Der mit Flügel. Gut, schauen wir doch mal, vielleicht zeigt er uns, was er zum Schluss gesehen hat. Na... Na... No, no, no. Don't you see? At last, I was truly in the dark. A world without words, or memories, or visions. With nothing but the sound of Dove's wings. Please. Please. Won't you let me go back? Wunderbar. Rest in peace, old man. Rest in peace. Was ist jetzt mit dem Baum? Ah, nix spektakuläres scheinbar. Okay. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Dann... Dann schauen wir doch mal zum Telefon. The woman, the head, the rat, the freak, the scribe. Death follows you like a shadow, doesn't it? Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Hehehehe. So. Und beim nächsten Mal können wir dann hier die schönen Flügel schmieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn Flügel produziert werden. Ciao, ciao!